Was ist los, hat mich gedacht, den nächsten Titel anzusagen. Es gab ja viel zu lesen über das Festival in den letzten Tagen. Zum Beispiel stand in der Welt, dass man zu Musik machen eigentlich nicht recht für Hirn braucht. Sie haben geschrieben, dass das auch für Demenzkranke hilfreich sein kann. Was wird jetzt eigentlich? Du zeigst ein und wir spielen einfach. Du zeigst ein und wir spielen einfach. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018